Was geht Freunde? Willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Hier ist wieder Luca, euer Lost Baller. So, wie angekündigt kommt jetzt das Pack Opening Video. Wir haben viele Packs. Wir haben mein Elite 3 Pack. Wir haben mein Base Icon Pack. Wir haben noch zwei weitere Base Icon Packs in Form eines Icon Roulette von letztes Jahr, was so cool war. Da wird auch eine ganz, 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 ganz kranke Icon kommen. Ich würde sagen Top 6 Icon von den Baby Icons. Zusätzlich haben wir noch ein paar andere Packs. Wir haben natürlich ungefähr, ungelogen, 50 bis 60, 70 Packs geöffnet. Ins Video werden es irgendwie drei schaffen. Eins müssen wir davon noch abziehen, weil ich genau einen Typen nicht aufgenommen habe. Und das ist nämlich der gute Rashford aus dem 81 Plus Doppelupgrade Premier League. Ich habe mit ihm auch die Weekend League zu Ende gespielt. Apropos Weekend League. Wir machen zusätzlich in diesem Video noch die Highlights. Der letzte Spiele meiner Weekend League. Also direkt vom Sonntag. Ja, es war spannend. Es gab einen Ehemann, der uns kurz vor Elite einen Sieg geschenkt hat. Das Endergebnis werdet ihr in einem Video sehen. Lasst gerne ein Like, ein Abo da. Schreibt in die Kommentare, was ihr in der Baby Icon SBC gezogen habt. Abfahrt! Wir sind eigentlich alle durch, hier. Wow! Das ist ja eh die Lamborghini! So Freunde, ich muss mich hier leider nochmal melden. Aufgrund eines technischen Problems und ich glaube, es war auch ein bisschen mein Fehler, aber ich kenne mich noch nicht so ganz gut aus. Sind ein paar Dateien, Videodateien verloren gegangen. Unter anderem Miguel's Icon Pack. Wäre auch nur ein Roulette gewesen, also langweilig zum Anschauen, würde ich sagen, im Video. Und ich habe es angekündigt, Top 6 Icon, er hat den guten Vigira gezogen. Krasse Karte auf jeden Fall, ich bin gerade hier in seinen Pien drin. Zusätzlich ist mein Elite Pack auch noch verloren gegangen. Ich habe hier Elite erreicht. Ich habe extra gewartet bis zum Best of Team of the Week und ich habe es hier mal eingefügt. Das war unser Set. Kein aus dem Best of Team of the Week. Kein Walker aus Pirati, Pirati, Ogbonna, alle 10k-Wert. Und ja, jetzt geht es weiter mit dem Video. Jetzt folgt noch mein Icon Pack und das Gameplay vom Sonntag. Ich weiß jetzt nicht, ob man es gesehen hat, aber der liebe Herr Bundy hat in seinem Pack der Saili gezogen. Deshalb einfach aufmachen. Einfach meins aufmachen. Das kannst du Elite Rewards noch rumreißen. Oh Gott. Oh Gott. Äh, Icon. Äh, äh. England. Innenverteidiger. Bitte Ferdinand, bitte Ferdinand, bitte Ferdinand, bitte. Ferdinand, bitte Ferdinand. Kempel auch, okay. Er ist eigentlich gut, aber du mochtest ihn nicht. Wir haben ihn schon gespielt und er war wie ein unbeweglicher Stein. Er ist eigentlich gut, der goodness wurde. Er ist eigentlich gut, er ist einfach nur ein Patrick. Er ist eigentlich gut, dass er immer noch nie hoje aus dem Zusammenhang ist. Denn in der Auch in der Vergangenheit sterns aus dem Kongres, zeigt sich immerhin noch einすごい, von dem fittingegang man zu kämpfen kann. Er ist ein Mann. Immer wieder, der will ich licence, um die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020